äh, Holzbeschaffer. Und vor allem braucht Illidan erstmal ein paar tolle Items und das geht am besten, wenn man ein bisschen Creepen geht. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Und die Mana? Nee. So, ich zieh den mal schnell zum nächstbesten Mondbrunnen zurück. Der hat mir doch schon ein bisschen zu viel Schaden gefressen gerade. Der... sterbt, Dummkopf. So, und hier braucht man noch einen Ritzumbeschützer. Ah, ich werde ungeduldig. Wie ist das alles? Ich hätte ihn vielleicht doch vollheilen sollen. So, wir machen alle Mondbrunnen auf Autobetrieb. Brennen wir mal kurz hier durch. Und schon ist er wieder voll. So, in der Zwischenzeit eine Jägerhalle haben wir hier. Sehr schön. Können wir schon mal ein bisschen forschen. Das auch. Das braucht man sowieso. Ja, die Spinnen sind jetzt auch kein Problem. Das ist ein Ei an. Das ist ein Ei-Erwollt, ja. Das ist ein Ei-Erwollt. Das sind Ei-Erwollt, ja. Das ist ein Ei-Erwollt. Das ist ein Ei-Erwollt, ich bin einem von dem Fall irgendwo ein Item drin. So, die müssen wir noch ausbauen. Ach, ja, hier war's. Elfenstiefel plus 6, äh, gibt plus 6 Beweglichkeit, Illidan ist Beweglichkeitsheld, passt also. Gibt ja Mana. So, und hier komme ich in ein Lager von denen rein. Ah, der Mondbrunnen ist bald leer. So, die Druiden können jetzt, äh, außerdem Verjüngung. Es ist ein sehr brauchbarer Zauber, es ist ein Heilzauber. Über 12 Sekunden werden 400 Trefferpunkte geheilt. Ich brauche mal schnell. Irrwisch. Oh Gott, da ist schon wieder ein Beschützer. Den lasse ich hier mal ein bisschen rumreparieren. Okay, die Gebäude ist, stellen keine Sichtbrechung dar. Nehmt mal den Heiltrank. Und fahren noch mal diesen Mondbrunnen ein bisschen zusammen. So, hier brauchen wir jetzt die Meisterausbildung. Für die... Für die Clownruinen brauchen wir auch die Adeptenausbildung. Dann können sie Sturmkreingestalt. Ja, jetzt hat Iwi dann keinen Mana mehr. Jetzt ist auch der Feuerbrand automatisch ausgegangen. Da ist ein Beschützer. 500 Lebenspunkte. Ach komm, ich glaube, den packe ich. Ah, der hat plus zwei Rüstung. Oh, der schießt ja nicht mal, wenn ich in der Nähe bin. Na dann packe ich ihn locker. Ignorieren wir die Einheiten, die da kommen, mal... Nehmen wir mal einen Mana-Trank. Damit er wieder ein bisschen Mana hat. Der Mondbrunnen ist auch gleich leer. Ähm, Leute. Meisterausbildung haben wir schon. Ja, sehr schön. Dann können wir jetzt Bärngestalt mit denen machen. Also Bärngestalt haben sie sehr viel Schaden und haben auch eine gute Rüstung. Das sind gute Tanks. Ah, der muss weg hier. Da kommen die ganzen bösen Einheiten raus. Ja, komm, den hauen wir noch fertig und dann gehen wir. So, Elie, führte ich jetzt kurz Pause. So, lass ich mal ein bisschen ausruhen wieder. Hat lang genug gekämpft. So, hier, das erforschen wir auch mal. Dann haben wir unsere Urtum in der Rüstung. Und bewegen sich schneller, wenn sie ausgewurzelt sind. Das kennen wir ja schon. So, damit wir Elie wieder voll, können wir weiter kloppen. So, ähm, in der Zwischenzeit, ja, weiterforschen wäre nicht schlecht. Und hier müssen wir einen Haufen Zweige faschen. Mehr Holz. Ah ja. Gehen wir Holz fällen. Was macht die Bogenschützin da unten? Vor allem, was macht sie da alleine? Die Krallenbrüden sind nebenbei die einzigen Nahkämpfer von den Nachtelfen. Ihr wart es, mich anzusprechen. Also, die einzige Nahkämpfer außer den Dämoniägerhelden. In der Nähe. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Ist das alles? Sterbt, Dummkopf. Mühe los. So, da oben ist ja noch ein ganzes Lager. Und du scheinst dober, um was hier zu sein. Mal schauen, wer schneller weg ist. Sieht so aus, als ob ich das noch gewinne. Sieht so aus, als ob ich das noch gewinne. Das Böse fragt mir. Ist das alles? Ja, hauen wir den Urtum-Beschützer hier auch noch zusammen. Danach ist der dran und dann kommen hier keine Einheiten mehr. Dann hätten wir hier im Notfall auch noch eine extra Goldmine. Sind Dämonen in der Nähe? Ich bin blind, nicht tausend. Was willst du auf das Ding hier drauf und nicht auf den Baum des Lebens? Habe ich da was gesehen? Oder ist das nur der Geier? Forschung abgeschlossen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Sterbt, Dummkopf. Forschung abgeschlossen. Es wird euch leid tun. So, jetzt können wir den Baum des Lebens hauen. Damit hätten wir dieses Lager mehr oder weniger mit einer einzigen Einheit ausgenommen. Ich wollte nur dieses Lager hier schon mal ein bisschen weghauen, bevor das noch weitere Truppen in unser Lager schickt. Es gibt hier noch mehrere Satyr-Lager. Ich weiß nicht. Verderbte Uhr zum Lager. Keine Ahnung, wie man die nennen soll. Ich werde ungeduldig. Jedenfalls gibt es hier noch mehr von denen in der Nähe. Das erste lässt sich halt mit Illidan alleine ausschalten. Forschung abgeschlossen. Die Goldmine können wir hier jetzt im Besitz nehmen. Allerdings, ähm, ja, werden wir hier angegriffen. Und ich müsste diesen Ort auch beschützen. Und deswegen werde ich da nur hingehen, wenn meine eigene Goldmine gerade nichts mehr hergibt. Und davon ist die noch ein Stückchen entfernt. Und ich werde angegriffen. Und da kommen gleich die anderen noch nach. Und du bist in der Nähe Stadt. Und dann geht es weiter. Und dann braucht jeder Platt. Und dann regbswitzt. Und dann geht es weiter. Und dann geht es los.